Und willkommen zurück zum nun mittlerweile 38. Auftrag hier in OldWag Simulator 2. Ja, der letzte Auftrag war ja nun doch, da es unter 45 Minuten war, in drei normale Parts geschnitten, ohne eine Anquart-Version. Und nochmal, sorry, dass die Aufnahme abgebrochen ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Wie gesagt, ich komme nicht auf die F9-Taste, warum da trotzdem die Aufnahme beendet wird. Und ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall geht es jetzt von Sirte erst einmal schlafen und dann geht es dann hier weiter. Und ich weiß nicht, dass die F9-Taste ist. Ah, ein MAN-Händler, das freut mich natürlich. Prätsch. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Das war's.